Schweigend und mit völlig ausdruckslosem Gesicht schritt Beck weiter, ohne den flehenden, hilfesuchenden Blick seines Gefährten zu beachten. Endlich ertrug es Woodruff nicht länger. Um Gottes Willen, Mensch, so spricht auch ein Wort, rief er. Ich weiß nichts, was zu sagen der Mühe lohnte, gab Beck kurz zur Antwort. Glaubst du, dass ein Bubenstück verübt worden ist und dass Millie Gefahr droht? Ich fürchte es. Mit der Selbstbeherrschung des armen Vaters war es aus. Hilf mir, Paul, flehte er verzweifelt. Rette mir die geliebte Tochter, mein einziges Kind. Gott, erbarme sich meiner. Nicht wahr? Du wirst mir beistehen, um unserer alten Freundschaft willen. Inniges Mitgefühl leuchtete aus Becks Zügen auf, die wie verwandelt erschienen. Nimm dich zusammen, John, sagte er, dem Schulkameraden herzlich die Hand drückend. Du wirst deine ganze Kraft brauchen, bevor die Sache zum Austrag kommt. Wie alt ist deine Tochter Millie jetzt? In einem Monat wird sie 18 Jahre. Das kürzt unser Geschäft ab. Könnte nicht dein älterer Bruder aus Chicago, Peter heißt er, ja, dir auf der Stelle seinen Besuch machen? Woodruff starrte ihn an, als hätte er plötzlich den Verstand verloren. Ich meine, kann ich deinen ältesten Bruder vorstellen und etwa einen Monat lang bei dir im Hause wohnen, ohne Verdacht zu erregen? Ganz gewiss. Niemand kennt ihn hier und alle sind davon unterrichtet, dass ich ihn längst erwarte. Also, das ist abgemacht. Übermorgen wird dein Bruder Peter ganz überraschend aus Chicago eintreffen. Aber merke wohl, außer uns beiden soll niemand um das Geheimnis wissen. Keine Seele darf ein Wort davon erfahren. Auch Millie und Anna nicht? Unter keiner Bedingung. Sie müssen mich alle für Peter Woodruff halten. Heute möchte ich aber noch einen Blick in das Zimmer werfen, wo deine Tochter gestorben ist, ehe ich nach der Stadt zurückkehre. Wenn du als Peter kommen willst, solltest du dich lieber vorher gar nicht hier zeigen, warf Woodruff glücklich ein.